hallo und hallö wie meine lieben damen und herren zurück bei axiom verge wo wir mal wieder an den einen bestimmten raum sind mit den vier barrieren wo ich mich ja letztens schon gefragt habe wie zur hölle kommt man hier weiter und ich habe es herausgefunden denn eigentlich habe ich das ganze schon mal aufgenommen aber dann ist mir leider gottes meine aufnahme abgekackt und das ist kacke wenn sowas passiert aber ich kann es euch noch mal im detail veranschaulichen denn was hier die lösung des rätsels ist wenn man diese komische röhre der rechts zum vorschein bringt dann wird ein rechts oben das passwort angezeigt welches man hier benötigt meine mittlerweile nicht mehr weil ich schon eingegeben habe aber das passwort ist es lautet ikibu labiru und wenn wir das jetzt aktivieren dann ist da längst auf einmal eine tür und durch die können wir natürlich durch und dann muss ich nur noch hier diese der kommt schon auf mich zug gesprungen das finde ich aber nicht so geil stirbt doch stirbt doch geht doch man die typen können aber auch wahnsinnig nerven auto hat mir eine super hp gegeben dankeschön die nehme ich doch gerne mit denn man muss auch echt sagen die machen nicht gerade wenig schaden und sie sind sowas von nervtötend weil man sie auch einfach nicht wirklich trifft diese sack gesichter so alle weg so jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier runter das ist nicht so das mega problem natürlich trifft er mich fast denn sonst die mann weg gibt mir alle aus dem weg gibt mir aus dem weg so und hier sind wir jetzt bei den vier barrieren jetzt muss ich nur noch den schalter da oben treffen so denn hier ist der vier ist Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ......